Mit Magix PhotoStory VR können Sie virtuelle Räume anlegen und gestalten. Im Startfenster von Magix PhotoStory VR legen Sie zunächst ein neues Projekt an. Vergeben Sie einen Projektnamen. Jedes Projekt besteht aus mindestens einem Raum mit einer 360-Grad-Rundumsicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Raum hinzufügen, um einen ersten Raum anzulegen. Laden Sie ein 360-Grad-Foto oder Video, das Ihren Raum darstellen soll. Um den Raum zu betreten, wählen Sie das Stiftsymbol. Nun sehen Sie Ihr Foto oder Video in einer 360-Grad-Raumansicht. Sie können sich beliebig im Raum umsehen. Über das Kreissymbol erreichen Sie das Hauptmenü. Raum-Elemente sind Fotos, Videos, Musikdateien oder Texttafeln, die an bestimmte Bildpositionen geheftet werden. Bringen Sie zum Beispiel eine Texttafel an. Ziehen Sie die Texttafel an eine beliebige Stelle im Raum. Über die anderen Symbole können Sie andere Medien hinzufügen, eine Musikdatei, ein Foto oder ein Video. Ziehen Sie das Symbol an eine Stelle, wo das Foto oder Video später im Player präsentiert werden soll. Klicken Sie auf das Beschnittsymbol und wählen Sie den Doppelpfeil, um eine proportionale Vergrößerung ohne Verzerrungen einzustellen. Klicken Sie ein zweites Mal auf das Beschnittsymbol, um den Bearbeitungsmodus wieder zu schließen. Über den runden Pfeil ändern Sie die Neigung des Bildes. Ein zweiter Klick schließt den Bearbeitungsmodus. Über den Pfeil gelangen Sie zurück zum Hauptmenü. Die Anzeigedauer des Raumes lässt sich im Hauptmenü ändern. Außerdem lässt sich einstellen, was nach dem Ende geschehen soll. Sie können den Abspielvorgang stoppen ohne weitere Aktion. Sie können ihn von vorne beginnen lassen oder Sie wechseln automatisch in den nächsten Raum. Dazu müssen Sie zunächst einen weiteren Raum anlegen. Dies zeigen wir Ihnen jetzt. Kehren Sie zur Projektübersicht zurück. Über das Raum-Menü können Sie weitere Räume anlegen. Wählen Sie wieder ein 360-Grad-Foto oder Video für den Hintergrund und gestalten Sie den neuen Raum mit Fotos, Videos, Musik oder Texthinweisen. Um die Räume miteinander zu verbinden, klicken Sie in der Projektübersicht auf das Verbinden-Symbol. Nun können Sie die Räume des Projekts miteinander verbinden. Klicken Sie dazu auf das Plus-Symbol. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Schaltfläche, um den Modus wieder zu verlassen. Wenn Sie einen verknüpften Raum betreten, sehen Sie ein Verbindungs-Symbol, mit dem Sie den Raum wechseln. Dieses Symbol können Sie überall im Raum positionieren. Wenn Sie das Verbindungs-Symbol auswählen, gelangen Sie in den verknüpften Raum. Im verknüpften Raum sehen Sie jetzt ein entsprechendes Symbol, mit dem Sie zurück in den vorherigen Raum gelangen. Auch dieses Symbol können Sie an eine beliebige Stelle verschieben. Auf diese Weise können Sie alle Räume Ihres Projekts miteinander verknüpfen. In der Projektübersicht werden alle verfügbaren Räume aufgeführt. Um die Reihenfolge zu ändern, sortieren Sie die Raumsymbole einfach um. Das Projekt startet immer mit dem Raum, der in der Projektübersicht an erster Stelle aufgeführt wird. Wenn Sie mit Ihrem Projekt zufrieden sind, können Sie es direkt im Photo Story VR Player abspielen oder an ein mobiles Gerät übertragen. Zum Übertragen muss das mobile Gerät im selben Netz angemeldet sein wie das Gerät, auf dem Sie Magix Photo Story VR betreiben. Verlassen Sie dazu das Projekt und klicken Sie am Projektsymbol auf die Schaltfläche mit dem Übertragungssymbol. Nun wird das Projekt auf das mobile Gerät übertragen und kann dort mit dem Magix VR X Player abgespielt werden.